Musik Kennt ihr noch Shipp & Shipp die Ritter des Rechts? Ihr wisst schon, Shipp & Shipp und ihre insgesamt 5 köpfige Rittertruppe, die gemeinsam in ihrer Heimatstadt unter Menschen und Tieren für Recht und Ordnung sorgen. Wir schauen uns heute genauer an, woher die Idee zur Serie kommt und worum es bei Shipp & Shipp die Ritter des Rechts so ging. Wir schauen uns detailliert die Figuren an und gucken welche Figuren welche Positionen der Serie hatten und was nun aus der Serie bzw. Shipp & Shipp letzten Endes geworden ist. Viel Spaß! Also, die Serie war nach der Gummibärenbande und Daktates die dritt erfolgreichste Disney Zeichentrickserie. Während Gummibärenbande 1988 und Daktates 1989 in Deutschland rauskam, kamen Shipp & Shipp zwei Jahre später heraus. Bekannt waren die beiden Streifenhörnchen aber schon 50 Jahre zuvor. Die Ritter des Rechts Serie bietet 3 Schlaffeln mit 65 Folgen in einer Länge von ca. 22 Minuten und die Idee zur Serie kam von Ted Stones und Adam Susloff. Und vor allem Ted Stones hatte sich folgendes dabei gedacht. Alter, wir haben Bernhard und Bianca, das sind zwei Mäuse, die die Hauptrolle spielen. Lass doch sowas ähnliches nochmal machen und ey, warum der ganze Stress? Wir haben Shipp & Shipp. Warum macht man daraus nicht eine eigene Serie? Gesagt, getan. Das Konzept dazu lief erstmal unter dem Namen Metromise, wurde aber kurzerhand zu den Rescue Rangers aka die Ritter des Rechts unbenannt. Und so kamen auch schon bald die ersten Ideen dazu. Die ersten Dürfe und Zeichnungen wurden gemalt, das Ganze wurde weiter ausgeschmückt, bis dann letzten Endes Shipp & Shipp die Ritter des Rechts 1998 in den USA, wo 1991 in Deutschland ausgesteuert wurde und geschaut werden konnte. In der Serie geht es um ein Retterteam, was aus fünf Members besteht und jedes Mitglied hat so jeweils seine eigenen Merkmale, eigene Eigenschaften und Fähigkeiten, die die Rettungsmission beeinflussen. Egal ob positiv oder negativ. Sie gehen zwar gemeinsam auf ihre Mission und versuchen jegliche Verbrechen aufzuklären oder zu verhindern und kämpfen auch nicht gerade wenig gegen gemeine Bösewichte, aber jedes Mitglied bringt noch so seine eigene Persönlichkeit mit rein und auf die Mitglieder möchte ich nun ein wenig mehr eingehen. Wir beginnen mit Shipp. Das erste Streifenhörnchen ist der Anführer der Truppe, welcher sehr intelligent zu sein scheint. Er nimmt seine Rettungstruppe und die darauf liegenden Missionen sehr ernst und hat immer einen Plan, so wie auch des Öfteren eine Lösung parat, sollte etwas schief gehen. Wenn wirklich etwas schief gehen sollte, weiß er auch, wer die ganze Truppe aus einer schwierigen Zwangslage rettet. Er ist sich seinen Aufgaben sehr bewusst und geht ehrgeizig an diese heran, um ein guter Anführer zu sein. Das Problem dabei ist jedoch, dass er dadurch, dass er seine Arbeit durchgehend sehr ernst nimmt, Andy wirklich so richtig entspannen und zum Beispiel seinen Urlaub oder auch mal freie Tage genießen kann. Shipp ist das älteste Mitglied der Bande und auch konstanter Anführer gewesen. Er war seiner Truppe immer sehr treu und hat sein Ding auch immer durchgezogen. Was allerdings dazu geführt hat, dass manche die Rettungstruppe verlassen haben, weil sie nicht mit seiner Art klarkam. Ich muss sagen, ich finde das sehr interessant, weil ich das selber gar nicht mehr wusste. Wer allerdings davor im Team als Member vertreten war, ist by the way nicht bekannt. Es geht weiter mit dem zweiten Streifenhörnchen Shipp und Shipp ist einfach das komplette Gegenteil von Shipp. Er ist lieber faul und verbringt seine Freizeit doch eher damit, Fernzusehen und Comic-Hefte zu lesen. Er wirkt auch verpeilt und albern und empfiehlt es einfach nicht zu ernst, wodurch er die Truppe oftmals in Gefahr bringt. Durch seine kindische und zugleich naive Art ist er auch oft der Grund, warum die Rettungstruppe in Schwierigkeiten gelangt. Er wird öfters auch als dumm dargestellt, wenn er zum Beispiel etwas bei Missionen nicht richtig deuten kann. Dennoch kann man auf jeden Fall sagen, dass er in den entscheidenden Momenten wirklich super Ideen hat und man sich auch super auf ihn verlassen kann. Wie man merkt, können die beiden nicht unterschiedlicher sein, aber das ist auch das Interessante und vielleicht Spannende daran. Sie sind sich oftmals uneinig, streiten häufiger als die Polizei erlaubt, sind einfach vom Charakter im Endeffekt anders als der andere, wo durch häufige Konflikte entstehen, aber wenn es darauf ankommt, vertragen sie sich und sind von den jeweils anderen da. Wobei es auch ein Thema gibt, wo sie ja ständig streiten und das wäre um die Zuneigung des nächsten Mitglieds und zwar Trixie. Trixie ist das einzige Mädchen der Rettungstruppe. Sie ist eine sehr freundliche und äußerst intelligente Maus, die es liebt aus jeglichem Alltagsschrott, welchen wir jeden Tag sehen und mit denen wir jeden Tag zu tun haben, irgendetwas zu bauen. Seien es Boote aus Dosen und Kartons oder Flugzeuge aus Kleber und Papier. Sie sucht sich immer alles passende heraus und konstruiert daraus auch immer das passende Modell, damit sie als Team zu gewissen Orten hin und noch wegfliegen, schwimmen oder sonst was können. Ohne ihre hilfsbereite Ader und ohne ihr technisches Know-how wäre die Rettungstruppe überhaupt nicht das, was sie letzten Endes ist. Sie ergeht als wichtiger Bestandteil des Teams und man merkt, dass ohne sie wirklich fast gar nichts mehr läuft. Weiter geht's mit der zweiten Maus im Team und das wäre Samson. Samson ist ein alter Veteran, der sehr viele Abenteuer in seiner Vergangenheit erlebte. Das berichtet er auch immer stolz den anderen. Er ist sehr stark und kann es mit massiv großen und ebenso starken Gegnern ohne Probleme aufnehmen, hat aber auch zudem eine große Angst vor den meisten Katzen. Was vollkommen verständlich ist, denn er ist ja auch eine Maus. Seine Schwäche, die sehr stark in der Serie thematisiert wird, ist deswegen auch Käse. Sein Käsewan hat in diesen Momenten quasi ein eigenes Leben. Selbst wenn er auch nur einen leichten Geruch an Käse wahrnimmt, handelt er als wäre er hypnotisiert. Er lässt alles und jeden nichts liegen und läuft auch sofort zum Käse und isst ihn, wenn er ihn dann auch hat, immer zu 100% auf. Er kann diese Käsesucht nur sehr schwer kontrollieren und das hat die eine oder andere Mission der Truppe nicht nur ein wenig vermasselt. Und ich weiß nicht wie es euch ging, aber ich hatte damals als Kind, als ich die Serie geguckt habe und Samson immer seinen Käsewan hatte, mit jeder Folge in der es passierte, hatte ich irgendwann immer mehr Bock auf Käse und dabei mochte ich nicht mehr Käse. Bin ich da der Einzige, dem es so erging oder kennt das einer von euch? Wahrscheinlich bin ich der Einzige und auch einfach nur verrückt. Naja, nichtsdestotrotz ist er ebenso auch sehr zuverlässig und versucht alles, um seine Truppe zu beschützen. Vor allen Dingen sein allerbesten Freund Sumi. Und damit kommen wir nun zum letzten Mitglied des Rettungstrupps. Sumi, die kleine grüne Fliege und zugleich wie erwähnt, der beste Freund von Samson. Samson ist by the way sogar der Einzige, der diesen Followern zwar steht, nur mal so am Rande erwähnt. Diese kleine Fliege wirkt im ersten Moment vielleicht so gar nicht wie ein wichtiges Rettungstruppenmitglied, aber das ist völliger Schwachsinn. Genau deswegen, weil dieser so klein ist, kommt er an die meisten Stellen, an denen die anderen gar nicht rankommen, ran. Er fliegt dort zum einen sehr schnell hin und entdeckt dann die jeweilige Umgebung oder holt Dinge, die für die Mission dann notwendig sind. Er ist ein wirklich loyales und selbstbereites Kerlchen und man merkt, dass die anderen ihm sehr wichtig sind. Dennoch gerät er oftmals in Panik, wenn gewisse Dinge schief laufen oder er die Aufgaben, die er erledigen will, nicht so hinbekommt, wie er es möchte. Er ist sehr nachdenklich und macht sich, wenn Dinge nicht so gut laufen, selber dafür verantwortlich, weil er sich für viel zu klein und viel zu schwach hält. Das bringt ihn oftmals auch zu starken Selbstzweifeln. Meiner Meinung nach ist das aber absoluter Quatsch, denn ich finde, er zeigt durch sein Engagement und seine Hilfsbereitschaft, so wie seinen anderen Fähigkeiten, dass er wie jeder andere sehr wohl in die Rettungstruppe gehört. Jeder hat eben Stärken und Schwächen und das ist vollkommen in Ordnung. Ich finde einfach, obwohl das ja alles vollkommen unterschiedliche Charaktere sind, passen die super gut zusammen und harmonieren sowie ergänzen sich wirklich wunderbar. Du merkst bei dieser Rettungstruppe wirklich, dass da ein Team hinter steckt und ohne auch nur ein Mitglied der fünfköpfigen Bande, wäre die Truppe noch lange nicht so erfolgreich, wie sie es letzten Endes ist. Natürlich gibt es aber auch neben den Hauptcharakteren Nebencharaktere, die ebenfalls in so ziemlich jeder Folge auftreten und ihre eigenen Pläne schmieden und versuchen, diese in die Tat umzusetzen und dabei, wie in diesem Fall, die Rettungstruppe zu besiegen. Neben zahlreichen Bösewichten, die vereinzelt in manchen oder gar nur einer Folge einen Auftritt haben und versuchen, ihre Pläne umzusetzen, sind es insgesamt zwei Hauptantogenisten, die man in so gut wie jeder Folge sieht, wobei da einer ganz besonders heraussticht. Zum einen wäre der Professor Nimm Null, welcher so den typischen Archetypen eines verrückten Cartoon-Wissenschaftler gleicht und versucht, mit seinen wahnsinnigen Erfindungen an Geld zu gelangen oder vor allem die Welterschaft an sich zu reißen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich erinnert der Typ an Professor Dr. Calamitous aus Slimmy Neutron, der genauso verrückt auch war und seine weirden Erfindungen und noch so weirden Pläne hatte. Und der andere Bösewicht der Rettungstruppe ist der fette Carter Icazone. Diesen sieht man mit Abstand am häufigsten von all den Bösewichten. Icazone, oder wie er sich selbst immer nennt, der König der Unterwelt der Tiere, ist ein sehr intelligenter Gangster-Boss, der sehr durchdacht seine Pläne plant. Bevor er jedoch ein Gangster-Katzenboss geworden ist, war das Haustier des berüchtigten Kriminellen Adrien Claudane, wovon wahrscheinlich auch so seine Art herstammt. Er wohnt über eine Katzenfutterfabrik in einer großen Katzenstatue, dort plant er auch das Öfteren seine Taten und sein Ziel ist es, seine Macht und seine Reichtum zu vergrößern. Das tut er, indem er versucht, wertvolle Dinge zu stehlen und diese zu verkaufen, um der reichste und mächtigste Katzenboss von allen zu sein. Er leitet eine vierköpfige Crew, die aber im Gegensatz zu ihm dümmer als in des Toastbrot ist, weswegen auch meistens die Pläne nicht ganz so verlaufen, wie geplant. Ich muss sagen, Professor Nimdul fahre ich persönlich nicht so wirklich. Ich finde Icazone und seine Crew so passend für den Platz als Bösewichter. Vor allem war Icazone mit seiner Crew so gut harmoniert und ist meiner Meinung nach einfach witzig, aber auch zugleich interessant ist, wie sie miteinander die Pläne schmieden und wer dabei welche Rolle einnimmt. Auch wenn sie dumm wie Toastbrot sind und auch wenn sie meistens besiegt werden, finde ich sie sympathisch. Und wie gesagt, nicht nur die beiden, sondern auch die anderen Bösewichte kommen gelegentlich in der Serie vor. Die haben natürlich ihre eigenen Ideen und Pläne, die sie verwirklichen wollen, was by the way auch ein wichtiger Punkt ist, der das Ganze viel spannender macht. Wenn es nur die beiden Hauptbösewichte gäbe, die in jeder Folge ihre Pläne schmieden und am Ende von der Rettungstruppe in den Boden gestammt werden würden, wäre es irgendwann einfach langweilig. Aber dadurch, dass es so viele verschiedene Bösewichte gibt, mit verschiedenen Gedanken, Methoden, verschiedenen Orten, die man sieht, allgemein auch dadurch, dass jeder auch seine eigene Persönlichkeit, individuelle Persönlichkeit hat und anders an seine Ziele rangeht, wird das Ganze deutlich spannender, als man sich das eventuell im ersten Moment so vorstellt. Es gibt auch keine einzige Folge, die so ist wie die andere. Das habe ich auch schnell gemerkt, als ich diese Serie nach Jahren wieder schaute. Nach drei bis vier random Folgen hat es sich nicht so angefühlt, als hätte ich irgendwas verpasst. Das liegt daran, dass die Folgen geschlossen, auch super funktionieren und keine Folge einer anderen Folge was wegnimmt. Außer eventuell die fünfteilige Folge in der zweiten Staffel, aber sonst, nein, sonst nicht. Allgemein ist die Serie wirklich gut gemacht und ich bin echt froh, mit ihr aufgewachsen zu sein und sie jetzt im erwachsenen Alter noch mehr erleben zu dürfen. Damals hat sie mich sehr stark geprägt und mich in eine interessante, spannende, aber auch zugleich chaotische und auch witzige Welt gebracht, die ich nicht so schnell vergessen werde. Und heutzutage, als ich mir die Serie wieder angesehen hatte, war das genauso. Die Serie ist gar nicht vergessen. Ich habe mich an viele Momente und vor allem noch an alle Charaktere und Bösewichte aus der Serie erinnert. Das Entscheidende daran war aber, dass ich immer noch nicht den Spaß an der Serie verloren habe. Man sieht ja alte Serien aus der Kindheit immer anders als Erwachsene und ich hatte echt Angst, dass ich die Serie gar nicht mehr so mögen würde. Aber das war so gar nicht der Fall. Das war mindestens genauso nice. Ich finde es auch so cool. Die Serie ist nicht nur primär für Kinder, sondern auch für Erwachsene geeignet. Man wird es wahrscheinlich mehr fühlen, wenn man es damals auch gesehen hat. Aber ich finde, man könnte sich die Serie auch so als Erwachsene angucken, das erste Mal angucken und man würde die Serie auch mögen. Manche fragen sich jetzt vielleicht auch, was aus Shep & Shep und ihrer Serie geworden ist. Diese erschienen ja 1989 bis 1990 und ab 1991 wurden diese Folgen in Deutschland gezeigt und in den frühen 2000er Jahren, so circa im Jahr 2008 ungefähr, ich weiß nicht genau, aber so circa 2007, 2008, wurde die Serie dann auch vom Programm geschlichen. Dann erschienen DVDs mit den Folgen, Collections und so weiter und im November 2019 kam die Serie dann schlussendlich auf Disney Plus, wo man sich jetzt auch tatsächlich alle Staffeln ansehen kann. Zudem war Shep & Shep dann nach 2014 in dem Mickey Mouse Short Weltraum Gassi zu sehen. Sie bekamen daraufhin einen Auftritt in der dritten Episode der dritten Staffel von DuckTales und 2022 erschien auch ein Kinofilm der beiden mit dem gleichnamigen Namen Shep & Shep Rescue Ranger. Und zum Beispiel ihn fand ich gar nicht mal so schlecht, auch die anderen Sachen davor waren echt gut, aber vor allem der Film, der war, der war nice. Es ist zwar ein Film, wo Animiertes und Gezeichnetes kombiniert wird, ich muss vorzugeben, am Anfang war das schon komisch für mich, aber tatsächlich konnte ich mich recht schnell daran gewöhnen und der Film hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Ohne jetzt großartiges zu spoilern, bietet der Film ein gutes Comeback, kreative Ideen, die eingebracht wurden und die Portionsspannung noch obendrauf. Schaut es euch wirklich gern an, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Des Weiteren gibt es auch seit diesem Jahr eine animierte Fernsehserie, die auf Shep & Shep basiert. Sie nennt sich Shep & Shep, das Leben im Park. Ist auch ganz interessant, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich hätte lieber statt dem Film und dieser animierten Serie ein Reboot der originalen Serie, aber das wird wahrscheinlich nie passieren. Naja, abschließend kann ich sagen, es war und ist nach wie vor für mich eine wirklich tolle Serie, die ich nur jedem empfehlen kann. Sie hat sehr viel zu bieten und ich bin echt froh und dankbar darüber, dass ich die Serie damals geschaut habe und über diese auch in diesem Video sprechen durfte.